Guten Tag, meine lieben Mitmenschen und herzlich willkommen. Samstag, der 27. März, der Tag vor Palmsonntag. Morgen fällt noch einmal Licht auf den Weg. Jesu, wo die Kleider vor ihm ausgebreitet werden, vor dem Esel, auf dem er sitzt, und die Jubelgesänge ertönen. Und dann schlägt das aber um in der Passion. Wenn wir es hören, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und das Licht vergeht, die Wolkendecke schließt sich und Dunkelheit greift um sich. Es wird immer dunkler. Und Kälte kriecht herauf. Kälte, die einem ans Herz fasst. Auch heute, wenn wir die Machtkalkulationen aus dem Hohen Rat hören, das könnte ein hoher Rat auch heute sein. Irgendwo in der Politik, auch in der Kirche. Räte, die die Macht um ihrer selbst erhalten müssen, die kommen auf solche Gedanken. Aber nicht einmal, das ist heillos. Einer wird sterben müssen. Einer muss über die Klinge springen, um Sicherheit vor den Römern zu haben. Aber auf dieser fürchterlich krummen Zeile schreibt Gott gerade und lässt seinen Sohn sich hingeben für das Heil von uns allen. Und so kommt aus dieser tiefen Finsternis der Sünde und der Selbstverfangenheit kommt das Licht Gottes. In jener Zeit kamen viele der Juden, die zu Maria, der Schwester des Lazarus, gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, zum Glauben an ihn. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was er getan hatte. Da beriefen die Hohenpriester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein. Sie sagten, was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte und das Volk nehmen. Einer von ihnen, Kajafas, der hohe Priester jenes Jahres, sagte zu ihnen, ihr versteht überhaupt nichts. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Das sagte er nicht aus sich selbst, sondern weil er der hohe Priester jenes Jahres war, sagte er aus prophetischer Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben werde. Aber er sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. Von diesem Tag an waren sie entschlossen, ihn zu töten. Jesus bewegte sich von nun an nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern zog sich von dort in die Gegend nahe der Wüste zurück, an einen Ort namens Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Das Passchafest der Juden war nahe und viele zogen schon vor dem Passchafest aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich zu heiligen. Sie fragten nach Jesus und sagten zueinander, während sie im Tempel zusammenstanden, was meint ihr, er wird wohl kaum zum Fest kommen. Die hohen Priester und die Pharisäer hatten nämlich, um ihn festnehmen zu können, angeordnet, wenn jemand weiß, wo er sich aufhält, soll er es melden. Nicht nur um das Volk zu retten, sondern um die ganze versprengte Menschheit, um die in alle Winde versprengte und verlorene Kinder Gottes wieder zu sammeln. Dazu hat er sich hingegeben und hat sein Leben eingesetzt. Jochen Klepper, mit dem ich sie schon bekannt gemacht habe, der wunderbare evangelische Kirchenlieddichter und Zeitgenosse dunkelster und kältester Jahre, der hat ein Trostlied am Abend geschrieben und das scheint mir in diese Stimmung, wo es immer dunkler und kälter wird, so wunderbar hineinzupassen. In jeder Nacht, die mich bedroht, ist immer noch dein Stern erschienen und fordert es, Herr, dein Gebot, so naht dein Engel mir zu dienen, in welchen Nöten ich mich fand, du hast dein starkes Wort gesandt. Hat banger Zweifel mich gequält, hast du die Wahrheit nie entzogen. Dein großes Herz hat nicht gezählt, wie oft ich mich und dich betrogen. Du wusstest ja, was mir gebricht, dein Wort bestand, es werde Licht. Hat schwere Sorge mich bedrängt, ward deine Treue mir verheißen. Den Strauchelnden hast du gelenkt und wirst ihn stets vom Abgrund reißen. Wann immer ich den Weg nicht sah, dein Wort wies ihn, das Ziel war nah. Hat meine Sünde mich verklagt, hast du den Freispruch schon verkündet. Wo hat ein Richter je gesagt, er sei dem Schuldigen verbündet? Was ich auch über mich gebracht, dein Wort hat stets mein Heil bedacht. In jeder Nacht, die mich umfängt, darf ich in deine Arme fallen und du, der nichts als Liebe denkt, wachst über mir, wachst über allen. Du wirkst mich in der Finsternis, dein Wort bleibt noch im Tod gewiss. In jeder Nacht, die mich umfängt, in jeder Nacht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, darf ich in seine Arme fallen. Gott sei Dank. Gott segne und behüte sie alle. Gott sei Dank.